Ja, wir haben bei RTL Samstagnacht jetzt eine neue Rubrik. Also wir wollen nicht immer nur Prominente einladen, sondern auch mal Leute aus dem Volk sprechen lassen. Und die sollen uns von ihren Sorgen und Nöten berichten und erzählen, was sie so alles betrifft. Und heute ist der Erste hier. Das ist Hans Hermann Thielke. Namen Herr Thielke. Herr Thielke, Sie arbeiten ja bei der Post, richtig? Ja. Ja. Und was machen Sie denn da so? Ich bin am Amarmeschalter tätig. Ja. Herr Thielke, Sie wollten uns doch eine kleine Tiergeschichte erzählen, ne? Ja. Ja. Und Sie haben ein Aquarium? Ja, Aquar... ja. Herr Thielke, so ein Aquarium, das macht doch sicherlich viel Arbeit, ne? Ja, die Tiere brauchen ja viel Pflege. Also gerade erst kürzlich war ein Fisch bei mir erkrankt. Aha. Ähm, jetzt sagen Sie, war erkrankt. Also dann ist er doch jetzt sicherlich wieder... Ja, inzwischen ist er tot. Herr Thielke, das ist Ihr Applaus. Jetzt erzählen Sie doch mal, hm? Ja, das war so ein... ja... Ja, das war ein japanischer Zierbundbarsch. Den hatte ich als... als Jungfisch erhalten. Und das war auch einer der jüngsten im Aquarium. Der... der hatte also innen so einen großen goldgelben Fleck, also außen. Und... und von vorn nach hinten durchlaufende torpedoförmige Längsbinden. Der... der sah... der sah so ein bisschen aus wie ein Hund von vorn. Also sah... sah... sah von vorn aus wie ein Hund von hinten. Also ein... ganz hübsches Tier eigentlich. Und... und also... schwimmen konnte der... also... der war bestimmt nicht wasserscheu. Der schwamm... der schwamm also... Der schwamm also... ganz weit raus als... morgens als erster schwamm der... also ganz so weit er konnte... so weit konnte er ja nicht. Aber... so... im Rahmen seiner Möglichkeiten... Aber dann... plötzlich im letzten Frühjahr... die... die ersten Sonnenstrahlen waren gerade rausgekommen... reingekommen... Da... da bemerkte ich... also zuerst merkte ich es gar nicht, aber... Als ich es dann merkte, da bemerkte ich... dass der Fisch sich also länger als gewöhnlich auf dem Grund aufhielt. Der lag also teilweise Tage lang nur noch auf dem Grund rum. Ganz selten, dass er mal wenigstens auf Kurzstrecken... also... Der war so richtig tief gesunken. Ich bin dann... bin dann mit ihm zum Tierarzt gegangen... Also ich bin gegangen und er... also... Und der Tierarzt stellte dann gleich fest... Weißpünktchenkrankheit. Ich persönlich vermute auch hervorgerufen durch diese ständige Unterwassersaal. Also... das hat man ja nicht so... Und er sagte zum Tierarzt, wie kommt denn das? Er war doch noch... ist doch jung, ist doch ein Jungfisch. Normalerweise kennt man das ja, wenn Jungfische älter werden, dass sie denn... Aber der Tierarzt sagte dann ganz unmissverständlich, also dass der Fisch sein endgültiges Lebensalter... Wahrscheinlich selbst gar nicht mehr erreichen wird. Da... Da wird's dann still im Aquarium. Ich hab mir dann zuerst überlegt, ob ich mir vielleicht ein neues Haus zieht, vielleicht... Ein Goldhamster oder eine Katze oder ein Garhund oder gar ein Hund. Aber... aber ich hab ja mein Aquarium noch. Ich hab ja noch Zwerggerauschen, Tittenfische... Ist ja alles noch da, es sind ja noch nicht alle Fische tot... ver... ver... noch nicht... Alle Fische ver... verschieden. Also, es sind schon alle verschieden, aber... Aber eben noch nicht alle. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab noch kürzlich einen Artikel in der Postfachzeitschrift gelesen... Von einem Mitglied des Verbandes, esoterisch orientierter Postbeamter... Also, dass... Dass ja in der indischen Religion durchaus die Möglichkeit der Wiedergeburt besteht. Das heißt also, dass die Tiere nach dem Tod... Also, wenn sie nicht... Also, dass... Ein Teil des Tieres lebt weiter... Man weiß noch gar nicht genau welcher... Und... Verwandelt sich dann in ein anderes Tier hinein. Das kann also... Weil mein Fisch, der kann durchaus ein anderer Fisch... Der muss auch nicht ein Fisch... Der kann auch auf dem Boden... Der kann ein Kaninchen... Der... Der kann sich bis zum Bussort entwickeln. Und... Und da hat er ja ganz andere Möglichkeiten. Er kann... Er muss auch gar nicht in Deutschland... Weil er kann um die ganze Welt... Der kann... Bis nach Afrika kommen... In Eigenschaft als Löwe. Er kann sogar... Nach Einhaltung einer gewissen... Dauer... Zum Menschen werden. Auch beruflich. Das heißt also... Wenn mein Fisch sich jetzt noch entschließt zur Post zu gehen... Vielleicht wären wir noch Kollegen. Theo... Theoretisch kann sogar noch mal ein Vorgesetzter werden. In... In keiner anderen Religion der Welt... Hat ein Tier beispielsweise... Ein... Eltis... Die Möglichkeit... Nach seinem Ableben... Die gehobene Beamtenlaufbahn einzuschlagen. Beim... Beim Menschen ist es ja so... Nach dem Tod... Also wenn er nicht... Danach... Dass er... Also dann... Entweder... Mensch bleibt... Oder... Auch... Zum Tier werden kann. Das heißt... Wenn jetzt zum Beispiel ein Beamter aus dem... Mittleren nicht technischen Postdienst... Mit etwas Pech nur... Ne... Ne... Ne Eidechse wird... Und daher gezwungen ist sich überwiegend im Wald aufzuhalten... Ich meine... Das ist dann... Wozu hat er dann die Ausbildung gemacht? Und das ist ja auch... Ist ja auch... Ist... Ist ja auch gefährlich... Er kann ja auch gejagt werden... Oder gebissen... Und das kennt er vom Dienst ja nicht... Also das... Das... Ein Schalterbeamter während der Dienstausübung von einem Kollegen durch einen Biss schwer verletzt wird... Das... Hab ich noch nicht erlebt... Also bei uns in der Hauptpost auf jeden Fall nicht... Das ist... Das mag vereinzelt vorkommen... Im ländlichen Bereich... Aber... Aber seit ich um diese ganzen Dinge weiß... Also da geht man ganz anders... In die Welt... Wenn ich jetzt also mal in den Wald gehe... Da... Passt man also auf... Wo man hintritt... Das kann also wirklich sein... Dass es da von ehemaligen Vorgesetzten nur so wimmelt... Dankeschön!